Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Skigymnastik. Wir mobilisieren Gelenke, die mobil sein müssen für Skifahren, vor allem auch den Rumpf, Schulter, Gelenke natürlich. Und wir kräftigen wichtige Muskeln, Oberschenkel, Gesäß und natürlich unsere tiefe Rumpfmuskulatur, die uns stabilisiert. Wir beginnen im Gehen, rollen die Füße mal ab, von der Fußspitze auf die Ferse, Arme locker mitnehmen, Bauchnarbe sanft nach innen ziehen und der Atem fließt ganz entspannt. Mal ein bisschen nach außen und nochmal nach vorne. Nochmal nach außen, bleib da, öffne deine Beine, deine Hüftgelenke und verlagere jetzt mal das Körpergewicht nach rechts und links. Bauchspannen ist wichtig. Zuerst mal nur die Schultern ganz locker zurückkreisen. Wir machen uns ein bisschen warm, bevor wir dann richtig loslegen. Nochmal wieder lösen. Nimm mal deinen linken Arm nach rechts und ziehen mit dem Ellbogen nach links zurück. Gleich mal ganz locker mitdrehen. Und auch die Seite wechseln, schieben und zurückziehen. Und mal beide Hände nach vorne schließen und mal ganz locker deinen Rumpf drehen. Wirklich ganz elastisch deinen Oberkörper zur Seite mitnehmen. Schultern bleiben tief. Ganz ohne Kraftaufwand. Und wieder zur Mitte kommen und auslockern. Wir kommen mal nochmal etwas näher zusammen und rollen wir die Füße ab. Von der Fußspitze auf die Ferse. Möglichst immer leise landen. Das ist wichtig. Dann ist es faszial, laut, ist immer muskulär. Und wir wollen so leise abfedern. Unsere Stoßdämpfer ausnutzen. Mal ein bisschen wechseln. Vielleicht auch mal twisten. Mal ein Bein nach vorne. Einfach mal abwechselnd ganz leise abrollen. Und dann mal weiter öffnen. Nach außen hin und her. Unsere seitliche Rumpfmuskulatur ist auch wichtig beim Skifahren. Die hält uns, stabilisiert uns, unseren ganzen Rumpf. Und mal etwas langsamer hin. Hier. Wenn du nicht springen möchtest, dann gehst du. Ansonsten ruhig. Ein bisschen größer werden. Und dich abfangen auf der Seite. Dreimal. Das heißt einmal. Und dann halte. Und eins, zwei. Und halten. Gut. Kurz die Balance finden. Eins, zwei. Und halten. Hin, her. Halten. Atmen. Letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal. Und ganz locker seitlich auftippen. Ein bisschen warm geworden. Gut. Dann nimmst du mal beide Hände vorne. Und tippst mit einem Bein etwas weiter hinter. Überkreuzt. Versuch deine Knie nach vorne schauen zu lassen. Wichtig ist, dass wir die Beine kräftigen. In allen möglichen Variationen. Und jetzt darfst du hier tief gehen. Tiefer. Das Knie vorne. Ist über deiner Ferse. Und richte dich nochmal auf. Und wechsel. Becken parallel zu mir. Und wechseln. Tief gehen. Wichtig ist, dass du hier vorne bleibst. Und dann hängen wir noch eine Übung dran. Bleib in der Mitte. Komm richtig tief in den Squat. Gewicht nach hinten. Oberschenkel in die Waagrechte. Und von hier gehst du jetzt mit dem rechten Bein zurück. Kommst in den Squat. Kommst links zurück. Und in den Squat. So, und jetzt werden die Oberschenkel schon heißer. Tief. Und hoch. Und tief. Und atmen. Der Po. Arbeitet. Geht noch. Bisschen noch. Acht. Sieben. Huh. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Noch einen. Und löse. Huh. Eine Auslagerung. Und du merkst auch, wie der Puls höher geht. Weil große Muskelgruppen viel Sauerstoff verbrauchen. Und dann kommst du ein zweiter. Und zwar auf deine Hände. Runter. Du kommst in eine Liegestützposition. Wichtiges Bauchspannung halten. Wichtiges Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie. Hände senkrecht unter den Schultern. Streck dich. Und jetzt versuch mit dem Ausatmen, dein rechtes Knie zum rechten Ellbogen zu fassen. Komm wieder zurück. Und links. Und zurück. Ruhig auch deinen Blick mitnehmen. Spür deine ganze Rumpfkraft. Vorsicht. Gesäß. Bleib in einer Linie. Mit Oberkörper und Beinen. Also wirklich eine Linie hier halten. Aus, aus den Schultern ziehen. Endspurt. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und einmal wieder nach oben kommen. Auslockern. Hände auslockern. Bein auslockern. Und mal ganz locker abrollen. Eine zweite Runde noch. Gut. Neue Variation unseres Squats. Deine Beine. Wieder ungefähr hüftbreit. Bekommst wieder tief nach unten. Gehst nochmal hoch. Gesäß anspannen. Versuchst jetzt aber runter zu landen. Das heißt, du springst und bremst ab. Bremsen. Bremsen. Nochmal. Also nicht nach oben springen. Sondern tief landen. Exzentrische Muskelkraft. Bisschen anstrengender wie konzentrisch. Achte aber auf deine Knieführung. Acht. Siebern. Sechs. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch einen. Bleib unten. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wenn du hoch gehst, springst du ab. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hopp. Vier. Drei. Nicht viel Wiederholung. Keine Angst. Vier. Auch hier wieder leise landen. Noch vier Mal. Dann brennen die Oberschenkel. Drei noch. Zwei noch. Letztes Mal. Und Beine lockern. Wir kommen noch einmal nach unten. Locker dich aus. Runter auf die Knie. Ich muss auch schnaufen. Auf die Ellbogen. Raus aus den Schultern. Streck dich noch einmal ganz lang. Bauch spannen. Beine abheben. Und jetzt geht dein rechtes Knie links unter deine Hüfte und linkes nach rechts. Tipps kurz auf. Und wechselst. Minimale Rotation in deinem unteren Rücken. Oberkörper. Oberschenkel. Wieder in einer Linie. Das ist der Endspurt. Aus den Schultern ziehen. Nochmal. Atmen. Wie noch? Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Absetzen. Puh. Sehr gut. Und jetzt ist die Kraft. Kraft ist einmal geschafft. Jetzt machen wir uns noch ein bisschen flexibel. Ein Bein nach vorne. Lass dein hinteres Bein erst mal strecken. Mit der Ferse nach hinten schieben. Dann nimmst du deinen rechten Fuß ein bisschen weiter nach außen. Mit einer Fußbreite. Setz dein hinteres Knie ab. Und drehst dich. Du gehst auf die Außenkante deines Fußes. Ruhig deinen Oberkörper. Mitdrehen. Zieh dich aus dem linken Arm richtig raus. Spür die Dehnung im Hüftgelenk. Und wieder zurückkommen. Einmal lösen. Zurücksetzen. Andere Seite. Erstmal strecken. Spür die Dehnung im Hüftgelenk. Hüftbeuge. Und darfst du das Knie absetzen. Den Fuß etwas weiter raus. Auf die Außenkante. Und links drückst du das Knie ganz leicht nach außen. Zieh dich hier aus der Schulter raus. Und dann komm langsam wieder zur Mitte zurück. Stell deine Hände nochmal auf. Fußspitzen. Heb deine Knie ab. Und schiebe jetzt dein Steißbein zur Decke. Versuch die ganze Rückseite nochmal aufzudehnen. Gern die Knie strecken. Versuch die Matte nach vorne wegzuschieben. Den Händen. Mit den Füßen nach hinten. Und dann mal rechts und links. Beugen und strecken. Ganz genüsslich. Mit bewegen. Einen ganzen Rumpf. Trete mal nach vorne. Über die Außenkante Füße. Und dann federst du nochmal wieder zurück. Über die Außenkante. Ferse. Vorne. Und noch einmal. Wieder zurückfedern. Und ein letztes Mal. Nach vorne marschieren. Aufstützen. Rücken rund werden lassen. Rücken gerade. Noch einmal ganz rund. Und noch einmal ganz gerade. Und wenn du gerade bist, dann richte deinen Rumpf nach oben auf. Lass deine Schultern nochmal ganz locker. Atme ein. Linke Arm hoch. Kreuz dein linkes Bein. Und zieh dich jetzt nochmal nach rechts. Und versuch mal, unterschiedlichste Winkel zu finden. Unterschiedlichste Dehnpositionen, wo du dich noch gerne hin dehnen möchtest. Seite wechseln. Andere Seite wechseln. Andere Seite kreuzen. Zur Seite wechselnde Variationen. Dass du alle Faszien erwischt. Und elastisch bleibst in deiner Seite. Elastizität ist ja auch ganz wichtig beim Skifahren. Richtungsveränderungen. Und langsam nochmal wieder zur Mitte kommen. Hüft schmal stehen. Einatmen, dich aufrichten. Ausatmen, nochmal nach vorne. Tieftauchen. Aufrollen. Aufrollen. Und nochmal nach vorne. Wieder aufrollen. Und gleich nochmal nach vorne kommen. Aufrollen. Einatmen, lang strecken. Fit für die Piste. Ausatmen, locker. Nochmal eins. Schreck dich. Und nochmal aus. Lass locker. Letztes Mal ein. Mach dich ganz lang. Öffne deine Arme. Hebe dein Brustbein. Und atme aus. Und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du merkst, dass du fit bist. Jetzt. Dass du einmal durchgekräftigt bist. Wenn du Lust hast, schau mal oben. Bei dem Infopunkt sind noch Videos, die dir vielleicht auch gefallen, wenn dir das Workout Spaß gemacht hat. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Falls du es noch nicht getan hast, graue Glocke daneben drücken, neben dem Abo-Button. Dann bekommst du mal Info, wenn wieder ein neues Video von mir auf YouTube ist. Oder bis zum nächsten Workout.